ARD Text im Auftrag von Funk Achso, nee, lass mich in Ruhe, ich habe keinen einzigen Marvel-Film geschaut. Ich freue mich schon auf Thor. Den neuen, ooooh. Das war's ja viel, ist noch weiterschauen. Stimmt, da war was. Oh, das gibt die Pea, gut. Nein. Nur wenn du etwas Bestimmtes findest. Kickflip heißt der Creator, ja, nee, ich unterstütze ich nicht. Ähm. Hier geht's, let's go. Hallo. Ich bin drüben, Darko. Hey, und wie? LOL, komm mal hier hoch aufs Dach. Achso, komm da erstmal durch. Ja, wie hast du das gemacht? Ich bin drüber geklettert. Ich bin übers Haus geklettert. Komm mal hier hoch, hier ist was zum Einsammeln. Ich hab's geschafft. Alter, du bist grad übers bei mir rumgeglitscht. Wow. Oh, nö, wir können uns weglaufen. Nein! Nein, nein. Ich will unbedingt die Eier haben. Warum? Da kommst du bestimmt anders drauf. Nein, 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 nein. Und, wie viel? Bin insgesamt 1200. Oh, Schweinegarten. Aber ich hab mein Level ab, die Eier haben. Als letzter Eier, als ich das versuche, dann später zu holen. Wo bist du, bitteschön? Hier. Nein! Hä? Wie? Außer von der Leine darüber springen. Ich bin von der Leine auf den Teppich rüber gesprungen. Außer von der Leine darüber springen. Eigentlich müsstest du den Teppich sprung ja auch nochmal machen. Weil das der offizielle Weg. Nee, ich glaube, das eine ist, mit den extra Beläungen, ist der schwere Weg. Und das andere ist halt dann der normale Weg. Du bachst bei mir hier so durch die Gegend. Du hast hier den Cheater weggenommen. Ja, das sieht so komisch aus. Hör doch auf mich fängst zu schubsen, du fettes Gerät. Wieso folge ich dir eigentlich? Weil du doof bist. Äh, was ist jetzt? Äh, was ist jetzt? Pfff! Ah! Oh, Mann. Warum immer hier unten? Warum spawn ich nicht hier oben, wo die Münze war? Ach, komm, ey. Kannst du doch keinem erzählen. Ich bin ja gleich die Offenarme hier. Der Cheater hat es wieder geschafft. Kannst du bitte das nächste Mal dein Hackprogramm auslassen? Ah! Wie war das? Da ist halt noch kein Checkpoint. Nee, ich bin wieder hinter dir. Oh, da war eine Suppe. Hab die Suppen eingesammelt. Ja, das war uns wieder da hinten. Und? Ich weiß, wie ich hochkomme, ohne das Jump'n'Ride zu machen. Naja, überall auf dem Jump'n'Ride sind die Suppen, Mike. Nein, sind sie nicht. Hier ist nämlich zu Hause auch wieder eins. Nein, oh, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Die Suppen sammeln nur die XP-Geier rein. Nein! Auf was wartest du? Ja, auf dich. Ich kann doch nicht landen, während du da bist. Dann spring doch einfach. Nein! Oh, ich hab die Suppe eingesammelt. Natürlich, der Dicke hat mich wieder runtergeschubst. Ich bin auch gar nicht mehr da. Hör mal, diese dicken Menschen gehen überall runtergeschubst, weil sie so viel Platz brauchen. Ach du Scheiße, willst du mich verabreden? Wie weit geht denn das ja noch? Weit. Oh, checkbook. Alter, pass auf nicht, dass du dich hier von dieser Dings unterschüsst. Warte mal, bleib erst ständig übergucken ob das klappt. Ne, schade. Wohin müssen wir überhaupt? Das ist eine gute, belächtigte Frage. Ach, hier rüber aufs Dach. Einfach testen. Ja, der Schwung geht easy. Bist du sicher, dass der easy geht? Ja gut, ich war auf dem Dach. Auf dem Dach war echt easy peasy. Secret Beef. Ja, da waren wir schon. Siehst du, von hier aus kommst du nämlich rüber mit den... Ding an. Ne, da auch nicht. Da auch nicht. Hä? Warst du schon? Warte mal, ich hab ja auch ein Checkpoint aktiviert. Ich glaube, da müssen wir in den Turm und dann irgendwo hin. Uh... ... 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 mal secret xp erhalten warum auch immer also am startpunkt ich weiß nicht ob das so gewollt war warte mal kannst du mir doch nicht erzählen dass das so gewollt ist das war gerade geil Mist das kannst du nicht gewesen sein ich habe mal eine Suppe eingesammelt wieso habe ich so einen Kack spawnen sag und ich spawner auch dort du wolltest mich gerade ernsthaft schubsen äh ja wie du siehst hat nicht geklappt ok nein Fenster kann man auch nicht geklappen naja Alter war das halt doch das ist wirklich siehst du ich bin unter und sie gespawnt dann war es das aber tatsächlich schon ich bin außerhalb der Nett ok ich habe erstmal ein paar Süppchen eingesammelt sind hier irgendwo noch Suppen sind hier irgendwo noch Suppen nö 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 ja ja da in da wird es doch mit der Kanone gewesen sein schade 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 oh ähm ich lande immer wieder im spawn ja wer weiß dann war es das wohl mit der Map ich treffe einfach schon gar nicht mal mehr den äh Stern nö 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 Secret XP5 da ist was verstecktes man kann den Himmel nicht weg machen scheiße Secret EP plus 5. Einfach, weil ich hier draußen langslide. Und WP oder was? Ja. Ich rede jetzt einfach um hier draußen, in der Map lang. Okay, hier geht es noch weiter. Ich habe nämlich außerhalb der Map noch ein kleines Viereck gesehen, aber da kommst du nicht hin durch den, wie soll ich sagen, Hümmel? Ah, okay, da stoppt man. Na ja. Ja, na gut.